Was? Aufm Bonkebob warten. Uahhh. Das will ich auch können. Ja, das nicht. Ich bin die Sirene, ich kann das Venture Venture. Das ist so nicht. So, ich geh wieder auf meine übliche Position. Bist du nicht noch ein paar Heilposten? Der Blue Screen hier, der ist auch so geil. Oh. Ja genau, ich hol mir erstmal ein bisschen Heilung. Gute Idee. So, nochmal grad gucken. Ich bräuchte mal eine neue Waffe. Willst du mal ein altes Schrot hier haben? Ja. Ja. Das ist ähm... 15 x 6 Schaden. Besser wie deine. Ja meine Scheiße, meine hat einen Schuss, dann näht die nach. Also her damit. Ja gut. Ja okay. Hast du irgendeine für mich, die ich da benutzen kann? Deine alte zum Beispiel. Geh die hier zu haben. Nein, gib mir die. Wie gesagt, hier drauf ist ein Schuss. Ist egal, ich brauche halt nur irgendeine Waffe, damit ich... Ich hab also wenig Muni, weißt du? Okay. Okay. Ich geh auf meine Position. Wäre ja eine mit Lilith. Ich gehe. Boah, kannst du mal... Na. So. End. So. Oh. 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 Au. Nicht selbstständig, die Dame. Nein. Nee, das behalte ich. Das geb ich... Oh Gott. Gib mir wenigstens was dafür. Echt mal. Geh doch zu, wie du klarkommst. Nein. Warum ist das... Warum muss ich das Zeug eigentlich fressen? Ich bin auch ne Sirene. Du bist hier sofort geschritten. Ey. Höhe. Das fert Thema früher auf. Jetzt wird es richtig lustig. Ich sehe zu, dass ich ein Paar für dich fahse. Gut gemacht. Oh, 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 oh. Die Säcke haben keine Schuss gegen uns. Ja, ja. Er ist Psycho. Anruf schmeißen. Ein paar Headshots verteilt eben. Da, eine grüne Waffe. Das ist neuer. Oh, ist sie gut? 111 Schaden. Wow, ehrlich? Von Jacobs, oh. Will die jemand haben? Wow, was wollte ich? Das ist blutlos, kein Planeten. Das war auch rechts. Das ist wirklich am Planeten, in ein paar Jahren schon. Weiß, aber es war so schön gesagt gerade. Okay, Mooney. Ich habe noch 17 Schuss. Wo sind sie denn? Keine Ahnung, wie fliegt es der hin und her? Hey, das Psycho. Oh, wie ist sie denn jetzt hier in dem Kindergarten? Weiß ich das so? Du machst das sehr gut. Ja, genau. Wo sind wir? So, das war's. Ich habe noch einen Schuss im Magazin. Boah, der ist auch weg. Boah. Ach da. Oh, dann schuffelt es richtig mies. Ja. Meine gute Reihe verkauft leider aus Versehen. Boah. Wie kommt der da noch her? Wo ist sie denn? Es gibt kein barbecue bis ich sage es gibt barbecue Jetzt irgendwo ist Schlafschützen Munition Ich hab wieder 18 Oh fuck bad ass Oh sind ja 2 bad ass Scheibengleister piep piep Ich hab keine Munition mehr Ich bin zum sterben Huch da guckt mich an Ich hab kein Steak an Boah der ist weg Wer? Da Noch neuer Oh nein Wer kriegt genau innen rein Oh Boah Ansonn was du kannst kann ich auch Boah nein das geht daneben Ja rett dich mal bitte Dich kriegen wir wieder hin Das darf ich nicht Noch einer Was ist jetzt los Oh lass dich in Ruhe Boah Wo ist er Keine Ahnung hier irgendwo Danke Das war's keine Muni mehr Das hat Spaß gemacht Haben die so schönes Noch ein Scharfschützengewehr Noch ein Scharfschützengewehr Jetzt der SMG Will jemand tragen? Noch ein Scharfschützengewehr Von Vladoff Ich will das SMG ja haben Willst du deine Schrotti wieder haben? Wieso hast du eine bessere? Ja Ja dann gib mir die bitte wieder Deine ist nämlich echt scheiße Achso Level Upple Ah Worauf bist du denn da? Wow Danke Danke So hier lag eine SMG Oder hast du schon oft Geht hat doch nicht glaube ich schon Achso So dann kommen wir ja ne So ein bisschen Ach das ist schon Hoffnung sagt Gibt's das mir? 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 Nein Ein Paginös Ups Ihr seid die Kammer auf Es sind meine Sirenenkräfte ziemlich Umwerfend Dank diesem Iridium Zeug Keine Ahnung warum Also Beraten wir wie wir meinen Freund retten Bevor die Bloodshots ihn einkassierten Sammelte Roland Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat Du musst ihn finden Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen solange Roland fort ist Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold Dort halten sie Roland fest Wenn du sie überrascht hast du einen echten Vorteil Halt still So viel Spitz So viel Spitz Dick Schick Reife Leistung Hm Es gibt immer noch etwas zu lernen Ich würde gerne mal wieder zurück nach Sanctuary Ich würde gerne mal wieder zurück nach Sanctuary Sag mal Donnie geht das mit Terramorphos äh nicht mit Terramorphos mit diesem riesigen Vieh in der Sand Map eigentlich noch dass man da immer über die unsichtbaren Sachen drüber klettert Oder haben sie das gefixt Oder haben sie das gefixt Die haben sie gar nicht mehr ausprobiert jetzt Die Granaten sind super Ich hoffe dass ich so das richtig war Ja So wie es aussieht müssen wir eh zum Teleporter Oder bin ich jetzt vollkommen voll Wo bin ich denn hier Wir müssen nach unten Laufen Ok wir müssen nach Three Horns Divide Kommen wir erstmal zurück nach Sanctuary Ok Wo war denn Sanctuary Wir haben das noch gar nicht frei Dort Doch doch ich habe es nur noch nicht gefunden Ich habe Oasis und den ganzen Kram auf der Karte Aus irgendeinem Grund Wo ist man hier Oh habe ich noch goldene Schlüssel Warte mal wo kann ich jetzt einlösen Oh Gott Hier bei der Kiste aber Mach das erst wenn du ein hohes Level hast Weil der Lot sich da am Level anpasst Das wäre schade drum Wahnsinn Jetzt gehe ich erstmal den Kopf ändern Du kannst sie benutzen um dein Aussehen zu ändern Und deine Skillpunkte zurückzusetzen Hä ich kann Ich kann Skins kaufen Wups Geht das Store auf Weg Wo sind denn meine ganzen Köpfe dich freigespielt haben Im Laufe der Zeit Ok einer ist hier Der Creeper Kopf Ok ich habe sehr viel Ich brauche Munition fällt mir gerade auf Was gibt es hier schönes Was gibt es hier schönes Oh 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 Cool So, war es schon mit einem Automaten und hat geschaut, was es gibt. Was verkauft, okay. Gab es wohl etwas Gutes. So ein Load. So ein Bote, die ich gerade habe. So. Wo sehe ich denn, wie viel Iridium ich habe? Ach ja, sieben. Okay. Was kostet das erste Upgrade? Acht oder vier? Ja. Ich würde mich gerne einen Scharfschutz-Upgrade kaufen. Ja, ja. Ah, wunderbar. Ah, 60 Schuss. Ja, jetzt geht es endlich los. Muckis haben Muckis. Okay. Ich gehe mal kurz an den Banditen. Einfach Bromstons raus. Eine Runde. Das geht immer. Auch dir so süchtig. Oh, oh, doch nicht. Puh. Eine weiße Kanone. Ja, toll. Ja. Das ist damit jetzt eine Aufforderung. Das macht so süchtig. Eine Runde noch. Oh, ein Gewinn noch. Ein Gewinn hier. Einer geht noch. Oh. Oh, hast du Glück. Oh, eine schöne Schrotflinte. Ein Skin. Bereits freigestellt für den Lemserker. Oh, jetzt läuft es aber hier. Ja, komm, dann mache ich auch noch eine Runde. Es flutscht. Oh, Iridium. Vier Stück. Ach, mir fällt da gerade ein, der Tresor ist doch gar keine Shared Bank. Oh, nochmal. Oh, ach, Iridium. Der ist keine Shared Bank. Nein, die Shared Bank ist auch bei Clappy. Ah, stimmt. Oh, Bombe. Oh, fuck, jetzt läuft es richtig gut gerade. Nein. Ich habe gesagt, Bombe. Ja, aber es lief gerade so gut. Ich konnte nicht weg. Okay, jetzt habe ich mein Glück verbraucht. Ich gehe jetzt noch zu Clapptreppen, mein Shared Bank. Oh, ich habe eine neue Schrotflinte. Wir haben übrigens genug Iridium für noch ein Upgrade, ne? Was war sie denn? Wo ist denn das Upgrade? Achso. Was ist denn das Rucksack-Upgrade noch eins? Ne, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Was kostet das denn? Acht. Die anderen Waffen brauche ich eigentlich erstmal nicht als Upgrade. Oh, die Quest. Schade, dass wir nicht dabei waren für die Aufnahme. Wenn du das alles erzählt. Ja. Oh, das Geheimverstecker hat noch nicht aufgemacht. Ah, okay. Mein Shared Bank. Super. Level 26, 20, 19, 22. Mist. Muss ich später wiederkommen. Oh ja, ich auch. 27, 33, 26, 23. Corrosive Kiss of Death. Geile Granate. Und Miss Moxys Goodtouch. Oh, oh. Das könnte ich auch mal immer. Da bin ich noch drin. Geile SMG holen. Willst du das wirklich jetzt schon machen? Ja, warum nicht? Die gibt mir doch immer neue, oder? Nee. Wie, nee? Man kriegt doch immer die Goodtouch, oder? Die Badtouch gibt man nur einmal oder umgekehrt. Wie bekommt man die? Ander und Geld in den Pott werfen hier. Oh, so viel habe ich gar nicht. Ich kann gar nicht mehrere tausend reinmachen. Geld spenden. So, ich gucke hier nochmal nach einem, äh, nach einem Dings. Mal sehen, was es mir gibt. Ohne mich. Du musst da ganz viele tausende reinschmeißen. Ah. Kann halt nicht. Schöne Effekte. Schöne Physikeffekte. Hopp. Ah, Sirenenklassen-Mod. Oh. 77% SMG-Schaden, aber ich benutze keine SMG. Oh, ich hätte ja irgendwo noch einen... Quatsch. Oh, heck. Ja, bist du geimpft? Ich bin nicht geimpft, nee. Brauche auch keinen heutzutage. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Okay. Ich bin fertig mit Einkaufen. Ich gehe schon mal zur Tür. Ich... Oh. Ich muss Munition holen. Hey. So. Seid ihr beide fertig? Ich bin fertig. Ja. So, da fällt mir gerade auf, wo ich auf meine Uhr gucke, dass wir auch langsam aufhören können. Praktisch jetzt. Genau hier. Ja, wir haben ein guter Zeitpunkt hier. Jawohl. In Ordnung. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.